hallo liebe community, familie und zuschauer, ich bin steuer, hier mein oben ist das 13 feuer hier von shadow of the turmoil da oben wo schießt die sau umschießt noch jemand da soll ich auch mal mitmachen hier da ist er nicht alter sehr schön ausgewichen da da und haben die mich genervt Weg als Punkt Ich muss mir in den Kampf stecken So Oh, Duh weiter noch einer Oh, die Witzka. Okay. Wie habe ich den denn dann erwischt? Der hängt da. Und ich frage mich natürlich, warum. Okay. 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 Erstmal hier hoch. Und wieder runter. Ah doch, da hoch. Alles klar. Nein, ist gar nicht laut. In der Edo-Periode Japans hatte traditionelle Männerkleidung keine Taschen. Inro waren kleine Behälter für persönlichen Besitz. Eine Art Frühform des Geldbeutels. Mh, schöner Geldbeutel. Alter. Nach dem Ausbrunnen der Wunde geht es ja wieder. Ich habe das Gefühl, ich muss wegniessen. Aber. Oh. 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 Alter. Oh, das ging gerade durch. Die Kehle wie sonst was. Ah, hier haben wir sonst nix. Mein Arm juckt. Weiß der Geier warum. Erstmal ist hier durchsuchen. Ich weiß noch. Oh. Oh. Mann, was für eine Riesenscheiße. So viel zum beschaulichen Ruhestand. Wenn ich Wrath irgendwo auf dieser verdammten Insel finde, kriegt der eine aufs Maul, weil er uns hergebracht hat. Und dann, dann töten wir gemeinsam jeden einzelnen von diesen irren Huren-Söhnen. Es wird sein wie früher. Nur ohne Dickie Croft. Würde er noch leben, würde er die Mistkerle studieren wollen. Er würde diesen schrägen religiösen Kult faszinierend finden. Hoffentlich ist seine Tochter cleverer und findet ein gutes Versteck. Diese Irren sind gefährlich. Ich mache mir Sorgen um die Jungen. Alex, Sam, die werden hier lebendig gefressen. Na und über mich braucht man ja keine Sorgen um sich zu machen. Warum? Weil ich eine Klappe habe. Und eine Klappe. Und eine Klappe ist das Problem. Mit Munition. Mit mir kommt es gespannt. Trotz der Rituale, der Stürme und der Hinrichtungen, werden sie sich irgendwann gegen ihn auflehnen. lehnen und wenn das geschieht bin ich bereit das kommando zu übernehmen ja du sicherlich ich glaube du wurdest als erster hier okay es nix auch wieder bei der brücke okay aber schön sieht es hier aus kann man nicht anders sagen schön sieht es aus und mein pausen die öffnen sich starre dran scheiße ich trau den bringen nicht ich trau den frieden nicht sagt waffe ausgerüstet noch eins her geht das tatsache es ist eine fälschung mit in china warte es ist eine fälschung mit in china dass ich diesen sprung nicht geschafft habe die 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 Da kann ich allerdings nicht mal ausgereist werden. Geh runter. Mach ganz schön Lärm. Mach ganz schön Lärm und zack, starte... Ich sage Sprachsteuerung. Egal ob sie ausgeschaltet ist. Ach, da bin ich runtergefallen. Alles klar. Ich springe vom Dach zu Dach, weil es mir Spaß macht. Noch eine Jade-Figur aus der Ming-Dynastie. Aber die hier sieht echt aus. Joa, nach der Verfärbung zuerteilen würde ich mal ja sagen. So, was haben wir hier alles soweit? Bin hier gerade am gucken. So, was haben wir hier? Und schüss. Ich rufe auf alle die Gewichte weg. Zeig dich, Benner. Ich rufe auf alle die Gewichte weg. Ich rufe auf alle die Gewichte weg. Ich rufe auf alle die Gewichte weg. so ein moment mein timer braucht wieder strom was haben wir denn hier alles okay ruhig ganz angenehm wort dazu nicht okay ich habe was ich habe über 2000 ich habe über 2000 wir ich hatte sprachsteuerung ob ich das ausgestellt was haben wir denn hier ich bin das nicht meine leute das ist so oben update habe ich was haben wir denn hier laufmantel hau bis auf eins schodi da noch was sein modus sehr schön 50 jetzt geht gar nicht mehr es hat sich gelohnt so okay ach ich weiß ich muss das gerichtige gewicht finden ja hat kann noch so auch das hat weh alle hopp okay und dann einmal nach oben bitte äh verstehe ich nicht jetzt nicht da verstehe ich jetzt nicht so brauche ich alles hier ja 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 Oh. Ne, zwei muss ich drauf lassen. Zwei. 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 Ah, oder doch, da, ja, schläg ich hier. Äh, dieses Rätsel, jetzt weiß ich, das war das Rätsel, was mich am meisten angequatzt hat. Ups. Jo, kannst mal sehen. Sehr schön. So. Okay, wir verwerten jetzt noch einen Fehlkerzpunkt. Ausweichkonto, alles klar. Damit beende ich jetzt auch diese Folge. Ich bedanke mich für das Zusehen. Sagen wir mal so gut. Bis zum nächsten Mal. Ah, geht mal die Co. Ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule, die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule, ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Charlie kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ganz herzlich will. Schaut da mal rein. In dem Sinne. Zock gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.